kann man auch hier ein bisschen so so jetzt musikthema geregelt ja jetzt kann er sich wieder an seinem kuchen erfreuen ach so den amethisten wollte ich eigentlich noch gerade wegen probe anrufen kann man machen was er sagt und er sollte wahrscheinlich sowieso ja schicken sie mal okay und ich gebe das also hätte ich ihm eigentlich schon direkt schicken können aber beim telefonieren die spüle kaputt gegangen geil ja bleibt mir im wasser stehen gute idee weil schuhe waren sowieso dreckig hatte sich gedacht bleibe ich mir stehen wenn sie gleich sauber und wie der sich was macht aber ich glaube besteht zu gleichen teilen aus und wohl in ton das bringt natürlich viel was will ich mit der info das sagt mir doch mal gar nichts ich schicke das jetzt zu dem georat und er soll damit machen was er will ist man das ding reparieren ist er wieder müde so ist jetzt ist er müde ach cool jetzt können wir ja den müll dadurch suchen ob da irgendwas cooles drin ist und können wir nachher die die spüle pimpen jetzt ist auch noch müde mein gottes ganz schön empfindlich übersand die einzelteile werden die in kürze zurück gesagt gut so die schmeißen aber noch weg ja das die pfülle lassen wir mal weil müde morgen in der früh so auch schluck mal zu deinem bett und nase dankeschön lecker kaufel so rechnung wat 397 boah ich hätte vielleicht mal in den briefkasten schauen sollen das ist wahrscheinlich hälfte normalen kosten gichern schlecht wir haben gar nicht so viel geld und jetzt wird es aber stressig jetzt ruf mich die auch noch an moment 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 alles wird gut wir müssen was verkaufen nämlich das bringt fast keine kohle aber gut die erdbeeren brauchen wir nicht mehr die haben wir ja schon die was war das glockending linien glockenblumen 24 das toll und die auch alles mal verkauft 399 cooler können die rechnung bezahlen dann haben wir noch zwei dollar übrig so kann man sich zu essen kochen waren das über 397 ja verdammt du kannst bezahlen den telefon computer über telefon kann ich auch zahlen inzwischen das ja nice nicht mehr zu den blöden briefkasten und den kuchen habe ich auch nicht weggestellt 24 minuten hätte ich jetzt den kuchen weggestellt dann hätte ich auf jeden fall was zu essen der muss jetzt aufstehen und direkt was essen das hilft nichts ein stück nehmen ja ein stück nehmen komm steh auf ist weil jetzt wird es kann sich in den kühlschrank ja der nimmt sich jetzt ein stück und dann ziehe ich ihn gleich in den kühlschrank aber ich glaube ich habe die haltbarkeit die ist jetzt sowieso schon dahin ich glaube das haben wir voll verkackt geht es jetzt schnell ist bloß dahin oder wo ist es hin ist jetzt im kühlschrank ja habe ich mir gedacht das ist halt nicht lang zwei stunden bis verdorben was haben wir denn nach gartensalat vier stunden bis verdorben ja das verdient alles dann stinkt da oben wieder raus das ist super aber der ist jetzt hat das was wichtigste und bis zum nächsten mal wir müssen gleich wieder in die arbeit da haben wir nicht wieder kohle ist alles wieder gut wir müssen jetzt das ding zahlen mann so wo da ein kleister du bist auch kuchen ihr hatte ich weiß nicht ob ich den empfehlen soll weil schwierig der ist bald verdorben so moment der hat jetzt hier gedingst ich muss jetzt schon gießen ernten machen wir nach jetzt mal erst mal gießen so weil kuchen schlecht der ist gleich verdorben hier eine stunde 22 also ich würde nicht mehr empfehlen der chefkoch sorgt wir warten jetzt nur bis er kamelt und an den kühlschrank stinkt und wir uns wieder aufregen können dass wir so blöd sind und das alles drin stehen lassen naja so machen wir das so gieß 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 ach der hatte noch genügend zeit da kann man vielleicht noch ein bisschen ernten oder jetzt habe ich nicht vor irgendwas von jäten gesehen nee wir sind so gut da müssen wir nichts hätten das ist alles einfach super angepflanzt aber kann ja schon zu ernten anfangen ja mach's gut oder erdbeerstrauch noch mal ach so die habe ich noch gar nicht weiterentwickelt müssen wir auch noch machen hilft ja nichts aber wir haben noch die blumen läuft läuft wir haben der ist da echt schnell im ernten jetzt können nämlich die dinge noch weiterentwickeln kann man da auch noch mal momentan nicht super dann können wir alles weiterentwickeln und dann gibt es wieder für den ganzen spaß gut kohle so moment noch genügend zeit schauen wir schnell oh der gute mann muss noch duschen sie jetzt hat er sich so viel bewegt dass das stinken anwängt das muss ich natürlich duschen jetzt kann man nämlich die dinge da verkaufen wir haben nur noch wie man sieht zwei dollar und zwei dollar genau ausgerechnet mit den rechnungen die wir bekommen haben die erdbeeren ich würde eigentlich gern ein paar erdbeeren behalten weil die kann man dann halt das kochen und so benutzen müssen sie nicht kaufen wir behalten jetzt erstmal weil wir gehen gleich in die arbeiter gibt es wieder kohle dann können wir sie immer noch verkaufen und kochen erst mal was schönes und dann schauen wir mal weiter sozial also moment job anforderung ich kann bevor befördert werden das ist das blöde jetzt muss ich mich auch anstrengende arbeit sonst hätte ich jetzt einen auf lulli gemacht und hätte nur den ganzen tag mit den leuten abgehangen und dann wäre sozial und spaß bis sie hochgegangen aber so muss ich ja wirklich was tun weil ich glaube wenn ich jetzt nur in der arbeit mit den leuten den ganzen tag dann klappt das ist nicht so gut für eine beförderung naja so gerade rechtzeitig fertig geworden mit lulu das muss ich auch noch die hände waschen gut so noch mal hoffentlich wenn man befördert hat sich wenigstens gelohnt und da gibt es auch wieder schön bonus für bonus bin ich immer zu haben und moment ich hatte ja schon anzug an moment moment kann man nicht mal die musik bis ich lauter morgen das kommt also leise vor so nick wurde befördert und ist jetzt anführer des rings er verdient jetzt vier dollar mehr pro stunde was ein stunden und insgesamt 17 pro st er gibt er hat zudem den folgenden bundeserhalten 508 dollar ein sack voll geld interaktion bestehlen seine nächste schicht beginnt diezeit um 20 uhr ach jetzt aber die stunde länger aber hab dafür den tag frei das ist natürlich nicht schlecht und fetten bonus und leute bestehlen jetzt geht so richtig ab jetzt geht's wild ab so spaß fernsehen fernsehen hilft immer jetzt ist die musik wieder ein bisschen bisschen zu laufen nicht moment so habe ich die vorhin irgendwie zugemacht naja jetzt steht da die ganze entschuldigung war da gestanden macht komödie kanal ja jetzt freut er sich komödie kanal kann sich ein ablachen naja wenn es ihm spaß macht soll er halt so jetzt müssen wir wieder sozial jetzt ist er verspielt oh ja apropos verspielt anforderungen für die arbeit level 3 der schelmfähigkeit und ich kann mich erinnern früher bei früheren sims besonders beim ersten da war das so ätzend da musste man immer bestimmte freundesanzahl und so ein schmarrn haben und ich glaube bei mediziner war das da musst du 15 freunde haben damit du da im rang aufsteigst und die konntest du nicht halten weil du hattest nie frei du hattest richtig beschissene arbeitszeiten also es war richtig ätzend also das war fast nicht machbar und jetzt ist echt angenehm eigentlich muss ja nicht unbedingt was mit leuten zu tun haben wenn wenn du keinen bock hast und hier die fähigkeiten hochleveln ist an und für sich jetzt nicht wirklich wild ich glaube der kriegt sowieso jetzt schelmfähigkeit ne dadurch dass er den komödie kanal schaut da können wir nämlich jetzt noch kurz warten bis er das gemacht hat gut war kommen die fähigkeit schade schokolade wir müssen was essen was ich gesagt habe wir haben jetzt den fall hier oben gammelt es raus deswegen only trouble habe ich gesagt kuchen empfehle ich dir nicht er ist gleich vergammelt und so ist es auch jetzt ist er vergammelt vor allem jetzt kochen wir erstmal was schönes spezial rezept was das alberne gummibärchen vorne ja komm das machen wir mal schmeckt wahrscheinlich wie arsch und friedrich aber ist ja wurscht was man hat hat man wo sind die gummibärchen ich sehe keine guter mann was ist mir die gummibärchen das erste mal dass es die flasche nicht kaputt macht der hammer krass kurzen schluck trinken jetzt muss er natürlich gerade in dem moment aus dem bild laufenden lutscher habe ich mir gedacht war ja klar immer der muss immer mindestens oha was ist denn da los alles geht kaputt aber dafür kochfähigkeit ein level dazu gekriegt das ist doch schon mal super jetzt hier die gummibärchen dinge nach nach schmeckt schmeckt ihm anscheinend der typ ist ein freak naja hauptsache es macht hat mehr braucht sich jetzt müssen wir nämlich auf das ding man immer muss mir sagen dass er aufräumen soll wie mit kleinen kinder sozial bräuchten eigentlich nee wir müssen eigentlich jetzt hier moment was ist eigentlich hier war eigentlich auch eine pfütze von dem waschbecken weil das war auch kaputt und ich kann mich nicht erinnern dass ich das aufgewischt hätte es ist übernacht einfach verdampft ich kann mich wirklich nicht erinnern dass ich das gemacht hätte weil wenn es so ist damit ich das immer liegen lassen und dann einfach schlafen gehen wie jetzt zum beispiel und dann wäre gut misst ich muss wirklich schlafen ich muss das hilft nichts ich muss reparieren weil wenn ich jetzt schlafen gehe dann muss ich nach lulu wie hulle und kann nicht weil ich es erst reparieren muss und dann mache ich in die hose dann habe ich hier wieder ein riesen pfütze und dann ist er schmutzig und gott also ein richtiges chaos so reparieren 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 das andere lassen wir dann liegen den müllhaufen den können morgen auch erst weg machen ja ich glaube auch der wischt heimlich steht in der nacht auf wenn ich gerade nicht hinschauen schleicht aus seinem bett und sagt ich habe zu bock ich möchte jetzt und dann wischte einfach heimlich so jetzt klo klo geht wieder klo haben wir repariert das können wir morgen in der früh benutzen jetzt hier wenn ich jetzt da weg ist bestimmt wieder was sag ich was sag ich da war da war wasser habt ihr das gesehen das ist der hammer da war wirklich wasser und dann habe ich einmal bin ich so nach links und wieder hin oder was weg der war wirklich heimlich wischen unglaublich der war heimlich wischen krass cool ich wünsche nie wieder das macht sich ja fast von selbst geil coole trick hier das müssen wir zum plündern und wegschmeißen aber das ist ja der hammer krass habe ich ja noch nie gesehen das ist ja wie hier die meinsel heimsel meinselmännchen sein quatsch die heimselmännchen also schauen wir mal ob man da was gutes finden das ging aber schnell ein teil ok schmeißt man den rest mal weg ein wasser kloset ein wasserfall kloset ist es das was für richtige männer da kommt nämlich direkt ein wasserfall raus ist nämlich an die niagara fälle angeschlossen für das große geschäft und das spült alles runter also wenn du dich bis sie zu weiter reinsetzt dann kann sein dass dich mit mit weg zieht ist mir aber zum glück noch nicht passiert so jetzt telefonieren bis ich mit der dame wegen sozialer schmarrn nur ein bisschen das andere soziale machen wir auf der arbeit wir müssen erst gießen hilft alles nichts und da wir noch nicht reich sind können auch jetzt wollte ich so ein gießer am stehen gärtner hast du deinem hause auch ein paar eigenschaften verpasst was meinst du denn für eigenschaften so schön gießen gieß gieß da müssen wir eigentlich auch mal wieder ernten ja wir haben nicht noch zeit zum ernten wie gesagt sozial können wir auch später auf der arbeit machen das ist ja kein problem also wieso geht mir dann immer meine playlist dazu würde mich echt mal interessieren habe ich das hier die sagt zugegangen meine playlist man ich will die nicht jedes mal neu auf machen nein auch kein gutes lied das passt doch ja derweil baumodus oben links auf die vertrauen moment das muss ich gucken baumodus oben links auf die drei fragezeichen baumodus was ist denn das hier auch dank für das habe ich ja noch nie gesehen was denn das war ja was ist denn das moment da ist meine kamera drüber die muss ich mal schnell weg tun ja krass das habe ich ja noch nie gesehen also praktisch dass ich ein grundstückswert abmessung ja die kenne ich ja schon und ein schlafzimmer sehr gut kann ich geändert werden und gesagt in galerie eine kenne habe ich schon nach unten nach unten gezogen weil ich schon fast gedacht dass die dann darüber liegt schauen wir mal was gibt es denn da schön ist die nachbarschaft das habe ich ja noch nie gesehen dass man dem grundstück eigenschaften geben kann das ist ja total geil das kannst du bei den vorgängern nicht oder in der nachbarschaft rund um dieses grundstück treiben sich größtenteils teenager herum lästig wie teenager nun mal so sind durchstreifen sie die straßen hängen überall ein bisschen ab auf diese weise können die teenager denn deines haushalts neue freunde in ihrem alter kennenlernen ja praktisch aber ich habe keine heimisch das wohne ich am ende hilft sims die mixen koch geschicklichkeits- und gartenfähigkeit verbessern auch nicht schlecht entschuldigung schnelles internet eine gute internetverbindung ist vorteilhaft für alle die ihre programmierspiel oder schreibfähigkeiten verbessern möchten auch cool das ist dann für musik was haben wir da noch wissenschaftler auch cool charismacomedy und schämigkeit ja das bräuchte man eigentlich weil man die schämigkeit erlernen muss moment ich muss mal kurz was gucken hier level 3 der chemie schelben fähigkeit dann nehmen wir jetzt mal die schelben fähigkeit dazu woher das gesellig weil das wäre schon besser wenn wir das schnell lernen ähm die qualität des lichts fotografieren malen sportliche betätigung das müsste ich eigentlich auch machen weil ich eigentlich sportlich bin steckt fast alle besucher ab nicht schlecht da wird die blöde nervige tussi da nicht mehr kommen ähm und sonst was hatte ich da noch heimisch ja wegen gartenfähigkeit das würde ich jetzt noch nehmen aber die kann ich ja nachher wieder austauschen dann nehme ich jetzt nehme ich jetzt die ach ich kann mein grundstück um bin in moment ich muss es jetzt um nennen nämlich kubis 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 hasse ich zu vergeben da kann ich noch scrollen kannst du es kannst du mir kannst du mir kann man das einstellen aber momentan kann ich dann nicht scrollen aber es kommt wahrscheinlich dann noch was er für das erste ist natürlich nicht verkehrt weniger das kleine ja leider ist die auswahl anscheinend noch ein bisschen klein aber naja besser ist nichts ich konnte es ja überhaupt nicht deswegen richtig cool kubiskopf haus wurscht sieht es wieso kein mensch so ja ich vergebe jetzt auch nicht alle drei ich will zuerst mal die zwei lassen und ja und wenn man nachher noch in der fähigkeit oder irgend sowas brauchen dann kann man es ja noch je nach gusto kann man das ja dann einstellen so was machen wir denn gerade ach ernten weiterentwickelt haben wir ja da schon können oder können wir auch ernten was können wir denn ernten blühen ließ aber gut das macht jetzt sowieso automatisch moment alles ernten so da freuen sich düngen ja noch nicht erst mal weiterentwickeln und dann düngen ja speichern da hast du recht speichern müsste ich auch mal das mache ich jetzt sowieso gleich machen wir jetzt mal ein kurzes päuschen das letzte päuschen ist schon wieder ewig her und dann speichere ich gleich mal drei vier minuten pause so ja alles weiterentwickelt super einwandfrei 16 uhr muss ja schon bald in die arbeit kurz mal gucken da kann man schnell mit jemanden telefonieren nur ganz kurz damit wenigstens nicht ganz so ganz so orange ist jetzt ist grün super wir können auch noch was was kochen ja nur das basis game ich habe es vorhin schon mal erwähnt dass sims ja eigentlich momentan in der world kostenlos ist und ich habe bin ja access mitglied moment ich muss kurz was essen nämlich ruhe erbsen geil und da ist die deluxe version kostenlos in der world ich habe mir damals aber vor drei monaten oder so die sims gekauft und nicht die deluxe version und und habe es bis jetzt noch nicht geschafft die deluxe version abzugreden was ja kostenlos ist jetzt ist er echt die apps nur was ist mit dem typ los ja müsste ich mal machen mache ich die tage wahrscheinlich mal brauche ich bloß auf upgrade klicken kostenlos und dann gibt es das basis ding was für ein mitglied e access mitglied wo man dann pro monat ich glaube drei euro in den hintern schiebt und dann hat man in diesem origin origin launcher wo man auch die sims startet eine wald heißt es und da sind halt ganz viel unterschiedliche spiele drin die du kostenlos einfach spielen kannst und ich kann mal gucken ich kann mal gucken was da momentan zu kostenlos ist und man hat halt den vorteil dass zum beispiel wenn spiele rauskommen kannst du zehn tage vorher spielen und eine woche oder sowas hier origin access und spiele hier also titanfall 2 ist da dabei die sims 4 deluxe ja genau origin ist da die wollen gern geld ist ja natürlich wollen die geld auf jeden fall hier teilen fall 2 sims 4 417 mrs katalys 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 titanfall 1 battlefield 1 ist da drin oha habe ich auch noch nicht gespielt und level mass effect 3 plans versus zombies garden warfare 2 battlefield 4 need for speed kreis ist 3 torschleid 2 also so dass im city complete edition also für drei euro im monat finde ich naja das kleinkindex pack ja aber ich glaube wie gesagt für drei euro im monat ist jetzt nicht wirklich was kaputt und naja gibt schlimmeres man gibt so viel geld für scheiße außer es sind drei euro auch schon wirst du also genau jetzt soll aufräumen der gute mann und dann mache ich mal wie gesagt kurz päuschen muss auch jetzt auch mal lulu wegen dem kaffee die ist so nervig und dann ein paar minuten und dann bin ich wieder da moment erst anhalten natürlich auch gleich mal speichern schon für mein smartphone ja gut man muss prioritäten setzen das stimmt